So, Kamera läuft. Achso, Kamera läuft. Soll ich direkt ab? So, liebe Fernsehzuschauer, heute nehmen wir den Soundtrack auf für unseren satirischen Jahresrückblick 2011. Und zwar mit Olaf, David und Brandon. Hey! Im Jahresrückblick geht es ja darum, dass alles so schnell vorbeigeht. Das ganze Geld ist weg, der Guttenberg ist weg und die FDP ist auch schon fast weg. So schnell kann es gehen. Aber wir werden da nochmal genau drauf gucken und das Schönste uns nochmal raussuchen und ganz schön zeigen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020